Ist das ein Ernst? Ist das echt ein Ernst? Was ist das? Liebe Freunde, zurück hier zu One Piece Pirate Warriors 3. Weiter geht's mit Marco. So, wir hatten ja letztes Mal Mihawk besiegen können und Whitebeard, ja, wurde halb erstochen oder so ähnlich. Ja. Okay, jetzt geht hier das Tor auf, oder? Ja, wow, was für ein Wunder. Okay. Oh. Wieder eine Katz, geil. Ah ja, Yusei Kuzu, Meteorokan, so behindert, alter. Yusei Kuzu. So geil. Oh, Mann. Ja. Also. Puma, die Ace. Puma, die Rouge. Genau, Raffi. Er hat sich zwar jetzt zurückgezogen, okay. Mit Whitebeard habe ich noch Maximum. Shoso ist es dabei. Aber wisst ihr immer noch nicht. Wir sind aufgetaucht. Ja, ich höre nirgends hin. Ah, doch. Und Schwierigkeiten? Ja, 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 das sage ich auch immer. Unterstütze Raffis und Jimmys Plan. Das werde ich doch. Ja, 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 das sage ich auch immer. Ey. Ah. Das ist einfach ein bisschen das Problem mit Marco. Du machst irgendwas in der Luft, aber du hast keine Ahnung was. Also, das habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl. Was ich meine, ich weiß ja nicht, aber keine Ahnung. Ja, danke, Shoso. So, da. Danke. Der muss man ja wohl auch besiegen. Das ist voll das Problem irgendwie. Ja, Bäm. Danke. Ja, komm, Shoso. Nein. Oh, das ist verkackt. Jetzt aber. Es ist immer so, wenn man das dritte, wenn man das dritte nimmt. Also so nach dreimal, viereck, dreieck. Da gibt es am meisten für die Kisuna Drive Balken. Ist euch das auch schon aufgefallen? Ja, gut, der ist tot. Das war's dann. Ja, komm, Shoso. Was ist los mit dir, Mann? Ey, da ist ja kein Gegner mehr. Alles klar. Okay, das würde echt helfen, wenn wir jetzt hier Jinbeis Fähigkeit hätten da. Zack, 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 zack. Äh, ja, ja, stimmt doch, der war ja aus, ne? Äh, ja, ja, ja. Das war's dann. Okay, das war's dann. Okay, das war's dann. Der Typ hat 100% was zu verstecken, weil von dem haben wir überhaupt nichts gesehen. Und dann einfach so, ja Bäm, Dressrosa Arc ist voll über Toflamengo, voll geil. Also voll geil, ja, ich sag's mal so. Ah, Bucky fliegt, oh nein, hab ich jetzt verloren? Schon nicht, oder? Warte mal. Bedingungen, Niederlage, Ruffy, Wadpid oder Jinbei fliegt da. Okay. Oh, hätte ich da in vorn nicht gesehen. Also hab ich eigentlich auch jetzt nicht, aber... Danke, Jinbei. Nochmal. Bäm. Ja, komm jetzt. Oh, nicht schon wieder die Seiten wechseln. Mann, das macht der immer genau zu dem Zeitpunkt, wo ich ne... Ah, okay, sag mal, aber trotzdem ist er abgezogen. Warum das denn? Okay, das war's dann. Oh, wo ist die Karte, Mann? Ich hasse das. Ich mag sowas nicht. Na, war ja klar. Dass das hier nicht lange hält. Aber jetzt wird hier mal ein bisschen aufgewandt, he? Ja, muss der erstmal wieder auf den Boden kommen. Ja, dann gibt's ja eigentlich nicht mehr allzu viel. Hier vielleicht? Ja, okay, auch noch nicht wirklich. Das Buggy geflohen ist, ist wahrscheinlich voll unnötig gewesen. Also ich hätte's wahrscheinlich nicht unbedingt... Also ich hätte's wahrscheinlich verhindern können, sagen wir es so, mit kleinem Aufwand. So wollte ich das sagen, genau. Ruffy hat auch kein Ding mehr. Okay, kranker Scheiß. Achtung. Jetzt den Dreier. Wow, das hat jetzt über... Äh, ihr seht ihr? Zwei, drei. Okay, jetzt nicht. Aber jetzt bin ich auch nicht so in der Menge. Und deswegen, wenn ich den Vierer macht, oder so ist das nie so... Ist das nie so irgendwie... Also nicht so krass. So. Tada. Dadada. Und jetzt kommen immer noch die. Voll geil. kranker Scheiß. Kranker Scheiß. Ich will fragen mich ehrlich gesagt nur, was ich für einen Plan haben. Ich muss den irgendwie ja immer... Ich sollte den ja eigentlich unterstützen. Was ist jetzt wieder passiert? Was ist jetzt wieder passiert? Das ist dein Ernst? Es ist echt dein Ernst? Was ist das? Das stammt einfach nur. Das ist voll der Pisser, Mann. Jetzt läuft er weg. Junge, was geht mit dir? Was spielen wir denn das Spiel nicht? Voll behindert. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach ja, das ist ja auch noch so ein Grapp. Ah, das ist der Grappich-Idiot. Oder? Ich glaube... Ja. Ja, das ist er. Ja! Ja! Das kann man, glaube ich, ewig weitermachen, ne? Das ist ja einfach so eine Annahme. Oha. Ja, jetzt hoffe ich, dass es ihn ziemlich trifft. Okay, dann doch mich. Jetzt sagt... Oha. Oha. Danke, Shosu. Habt ihr das gesehen, Mann? Ha! Ein Fahrzeug geschlagen. Bam! Jawoll! Geht doch. Jawolle. Geht doch. Der Flamingo zieht zurück. Ist klar. Okay, Shosu Maximum. Äh, Jinbei wäre mal da. Zu verdenken, hä? Hier Maximum. Wait, bitte. Ja, 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 schon gut. Ja, kein Problem. Ah, ich hätte jetzt mit dem... Ah, shit, ich hätte jetzt mit dem anderen hinlaufen sollen. Das ist immer, wenn man hilft, dann kriegt man grad Maximum. Aber... Ah, fuck, Mann. Ich hab das noch nicht so ganz krass. mit dem Umschalten. Ja, hallo! Aber sonst... Hä? Jetzt. Danke. Jinbei wäre ja, glaub ich, noch voll die Range-Angriffe, oder? Habe ich was grad voll nicht? Ist cool. Haha. Ist doch lustig. Sag ich, voll nicht der große Ding, aber... Okay. Ich sag, das schafft... Nein, das schafft fort nicht ganz vorne. So. Kein Schaden. Was? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Wieso das denn? Was? Kein Schaden. Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Das geht ja gar nicht. Bäm. 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 Okay. Mal schauen, vielleicht... Also, ich hoffe, ich treffe gerade. Der zweite. Der dritte. Bäm. Ja, nee, jetzt ist Kizaru nicht mal tot, man. Oh, fuck. Wie das abzieht. Aber jetzt kann ich mal dem Heilungseffekt zuschauen. Jawohl. Das zahlt übelst viel. Was ist denn das? Ja, ja, ja. Aman Amorakmo. Kennen wir. Ey, komm schon. Ey, jetzt geht mich Kizaru ab, Mann. So. Jetzt ist er endlich aus dem Moses geflogen. Danke. Ja, warum kommt er aus der Kombo? Mann. Ja, komm, ich wollte ausweichen. Machen wir es halt so. Mann, das ist echt mühsam gewesen. Ey, jetzt trifft es nicht mal. Was ist das? Komm schon. So, so, komm schon. Oh, der ist nicht da. Oh, Gott. Oh, gut. Okay, danke. Mann, ey. Boah, alter Schuss ist da beinahe draufgegangen. Alles klar. Marker. Ja, schön. Ja, danke. Ja, ich bin ja da an. Ja, ich bin ja da an. Mein Gott. Aha, jetzt habe ich es nämlich gemacht. Da haben wir gerade Maximum. Das ist lustig. Begib dich zum Ziel. Okay. Okay, und jetzt? Jetzt kommt die Treppe schon, oder? Ich glaube schon, oder? Ja, ich bin ja da. Ich bin ja da. Du bist ja noch nicht. Du bist ja noch nicht. Ah. Ah. Okay, ja, cool. Ich bin ja da. Ja, mal schauen, was wir da machen. Es sollte ja nicht so schwer sein, ne? Na. Geht eigentlich noch. Die Admiräle sind schon ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Also sind halt übelst, wirklich stark. Das nervt ein bisschen, aber naja, was will man dagegen machen. Oh, komm. Ja, ich bin doch hergedash, Mann. Ich habe nicht mal angegriffen. Er ist noch blöd, he? Wenn man in der Luft ist, das nützt es nicht so viel. Ha, ha, ha. Ah, nicht so nützt es nicht so nützt, Mann. Akku-Kirche finde ich auch ziemlich geil zum Spielen. Außer Arcaino, Alter. Ich kann den Typ nicht leiden. Der ist einfach so ein Idiot, Mann. Weiß auch nicht. Ja, wie bitte kann ich da... Schade. So, jetzt endlich die Heldenfähigkeit. Zack. Jetzt. Ist meine Zeit gekommen. Ich bin doch nicht sicher. Da, 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 da. Oh, nein. Der hat den nächsten Strich. Oh, ist voll blöd, Mann. Huuu. Tak, 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 tak. Bäm. Bäm. Boah, was ist das? Und jetzt kommt noch das. Gut, sterben tut er nicht, aber... Ähnlichst, wie ich es... Sind wir zu viert. Ah, doch, er stirbt. Hm, geil. Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. Ist voll geil. Ist voll geil, so. Was, hat Haki noch? Kranker Scheiß. Ist schon ziemlich heftig. So, Whitebeard, ja, hm, er schwafelt zu viel, aber... Ich mag ihn. So, wir hätten... Ja, wow. Marine, Sengoku, Rogers, Zeichen, oh, fuck, man. Aha. Ja, von Dawn Creek gibt es aber leider keine Münzen, ne? Ne. Von Vista gibt es auch noch übelst... nur übelst wenige. Okay. Marco kann jetzt... Aha. Ja. Er ist sicher nicht schlecht, aber es gibt geilere. Wie Kizaru zum Beispiel. Ah, das Ende des Kriegs. Ich hätte jetzt vorgedacht, das wäre hier so... Dingens. Äh, Sabaodi noch einmal, aber in diesem Fall nicht. Äh, ja. Gut, das ist demnächst, nach diesen zwei Jahren. Ja, da würde ich mal sagen, liebe Freunde, bis zum nächsten Part, äh, vom Kapitel 4, Episode 4, das Ende des Krieges. Das war's, bis zum nächsten Mal. Euer Picktrider. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.